Willkommen zu einer neuen Wetter-Versage auf Levetter. Dankeschön für das neue Einschalten und wir haben heute wieder einiges zu bereden. Bedeutet, ihr wisst es, bleibt bis zum Ende dran, um keine Infos zu verpassen. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt einfach mal los. Und wir starten mit dem Satelliten und da sehen wir schon recht gut, wir haben gerade, ja vor allem in der nördlichen Hälfte von Deutschland, gerade viel Bewölkung. Also viele Wolkenfelder, die hier einfach mal durchziehen. Aber gerade je weiter wir auch in den Süden gehen, desto klarer wird das Ganze auch werden hier. Also hier sieht man schon recht gut, gerade hier im Süden, also Bayern und Baden-Württemberg, haben wir zwar auch leichte Wolken, aber das ist nicht wirklich was super Heftiges. Also das meiste an Bewölkung haben wir gerade definitiv so in diesem Streifen hier. Also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, natürlich Mecklenburg-Vorpommern ist auch noch mit dabei, Brandenburg, vielleicht auch noch Berlin und dann natürlich auch noch Sachsen-Anhalt, eventuell ist auch noch ein kleiner Teil da mit dabei. Genau da haben wir also gerade viel Bewölkung, das wird wahrscheinlich heute auch noch weiter in den Tag passieren können. Generell auch einiges an Wasser und Wind hier noch weiterhin passieren kann in diesen ganzen Streifen hier. Da gucken wir aber gleich ein bisschen genauer rein. Ansonsten, wie gesagt, je weiter südlich wir gehen, desto klarer wird das Ganze wahrscheinlich auch werden. Das wird wahrscheinlich heute auch noch den Tag über bleiben. Es kann später vielleicht aber auch noch ein bisschen Bewölkung dann weiter hier im Süden geben. Aber jetzt gerade, wie gesagt, erstmal Bewölkung in der Nordhälfte oder in der nördlichen Hälfte von Deutschland und in der südlichen Hälfte gerade nicht ganz so viel los. Hier kommen wir mal zu den aktuellen Warnungen, die wir jetzt gerade haben vom Deutschen Wetterdienst und zwar vor Wind. Das sind diese ganzen gelben und orangenen Gebiete, die ihr hier seht. Also gelbe Warnungen sind ja Warnungen vor Wetter, also normale Wetterwarnungen. Und die orangenen Warnungen sind Warnungen vor markantem Wetter. Also da kann es auch ein bisschen stärkeren Wind heute geben. Hier in diesen Bereichen haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen was los heute an Wind in diesen orangenen Gebieten. Und dann auch mal hier im Siegerland dürfte das ungefähr sein. Auch da haben wir nochmal so ein paar Warnungen auch vor markantem Wetter. Also auch da kann ein bisschen stärkerer Wind dabei sein. Und natürlich dann hier auf dem Brocken brauche ich, glaube ich, hoffentlich nicht zu erklären, warum da der Wind auch ein bisschen stärker weht. Wir gehen jetzt mal nicht die ganzen Warnungen hier durch. Auf jeden Fall, wenn ihr die Warnkarte nochmal angucken wollt, ich habe einen Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch die ganze gesamte Karte nochmal genauer angucken und durchlesen, damit ihr dann auch da auf dem neuesten Stand seid. Nur damit ihr da auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst. Also in den gelben und in diesen orangenen Gebieten kann heute ein bisschen stärkerer Wind auch dabei sein. Vor allem, wenn eben je höher man auch geht. Und natürlich auch in Schauer- und Gewitternähe, beziehungsweise eher in Schauernähe, da wird der Wind dann auch ein bisschen hochgehen können dann ebenfalls. Jetzt kommen wir aber mal dazu, wie das Ganze ungefähr ablaufen könnte mit den Lagen, die wir, oder mit der Lage, mit der Gewitterlage, die wir morgen erwarten. Zu morgen wird geschrieben, am Samstag zunächst ruhiges und sehr warmes bis heißes Sommerwetter. Gucken wir auch gleich rein. Ab dem Spätnachmittag im Westen und Nordwesten örtlich aufkommende starke Gewitter, die sich abends und in der Nacht zum Sonntag weiter in den Osten und Südosten ausbreiten. Örtlich eng begrenzt Unwetter durch schwere Sturmböen, größeren Hagel oder Starkringen um 25 Liter pro Quadratmeter. Also, morgen kann es auch wieder ein bisschen stärke Gewitter geben und ich werde natürlich wahrscheinlich auch live sein. Also, ich denke mal, ich werde so ein bisschen später erst live gehen, wahrscheinlich dann so gegen 17 Uhr. Wenn das Gebiet also in Deutschland reinkommt, es könnte eine ganze Front werden, die in Deutschland reinkommt und das dann eben halt so ein Gewitterkomplex auch in sich trägt. Und das könnte eben dann auch, wie gesagt, etwas schwerere Windböen bringen, also schwere Sturmböen, größere Hagel vielleicht auch und dem, wie gesagt, dann auch Starkregen. Also, das ist ja logisch, Starkregen ist immer dabei. Wie gesagt, also Unwetter auch morgen möglich, Gewitter sehr wahrscheinlich morgen dann und vor allem dann eben im Westen und das Ganze breite sich dann weiter raus aus Richtung Osten. Aber auch da gucken wir gleich bis ins tiefste Detail rein, keine Sorge. Soviel auf jeden Fall einmal kurz dazu. Dann am Sonntag haben wir auch nochmal eine Gefahr vor vielleicht einzelnen Gewittern und am Montag auch, aber das ist bis jetzt wahrscheinlich nicht wirklich was super Heftiges. Am Dienstag auch nochmal Gewitter, aber auch hier nicht wirklich was super Heftiges. Also, wir werden die Tage auf jeden Fall Gewitter sehen können, aber die Gewitter werden an sich nicht ziemlich stark ausfallen, zumindest jetzt, wenn wir mal morgen auch rauslassen. Also, Samstag, also morgen wird es ein bisschen kräftige Gewitter geben können auch oder wird es auch stärkere Gewitter geben. Wie gesagt, bis zu Unwetter. Die anderen Tage davor wahrscheinlich aber eher etwas schwächere Gewitter, also jetzt nichts super Heftiges aktuell, ne. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal erstmal zu den Temperaturen hier und da werfen wir mal einfach einen Blick drauf. Denn heute könnten die Temperaturen dann nochmal ein bisschen hoch gehen, vor allem dann hier im Osten und Nordosten. Da haben wir dann teilweise auch mal bis zu 31 Grad in manchen Orten hier. Also, da kann es heute auch nochmal bis zu heiß werden, also heiß werden Temperaturen, heiße Temperaturen dann eben auch hier. Hitze ist ab 30 Grad, so ganz simpel. Dann haben wir aber generell in diesem ganzen Streifen hier generell auch mal heiße Temperaturen hier. Da haben wir teilweise auch mal bis zu 29, vielleicht auch hier in manchen Orten bis zu 30 Grad, also auch hier dann heiß. Generell aber die ganze Hälfte hier wird ein bisschen heißere Temperaturen abbekommen können. Aber natürlich nicht in jedem Ort 30 Grad jetzt direkt und es gibt auch hier manche Orte, wo es vielleicht mal nicht ganz so heiß werden wird. Dann eben gerade in diesen etwas höher gelegenen Gebieten hier, wo dann mal nicht ganz so viel, nicht ganz so heiße Temperaturen dabei sind. Und je weiter westlich und nordwestlich wir gehen, desto kühler wird das Ganze auch werden hier. Also hier haben wir an manchen Orten auch nur bis zu 18 Grad. Also auch da ein bisschen kühlere Temperaturen dann. Dann ansonsten, wie gesagt, gerade in der Ost-Nord-Ost-Hälfte und dann bis in die Süd-Hälfte rein. Auf jeden Fall auch nochmal heute warme bis heiße Temperaturen in manchen Orten auch. Und morgen wird es sich noch weiter aufwärmen, dann auch wieder für große Teile von Deutschland. Und dann auch hier, vielleicht gerade im Süden, dann auch hier bis zu extremer Hitze. Das ist dann gerade eben hier in dem Bereich bei Freiburg, wo ja wie gesagt generell wir auch sehr heiße Temperaturen immer größtenteils haben. Generell werden wir morgen aber in großen Teilen bis auf eben etwas höher gelegenen Gebiete und dann auch hier die Nordhälfte sehr warm bis heiße Temperaturen sehen können. Auch hier, da haben wir dann morgen nochmal in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 30 Grad. Dann eben hier nochmal über Sachsen-Anhalt auch so ein Gebiet, wo es nochmal bis zu 33 Grad geben könnte. Und dann eben in diesen ganzen Streifen auch immer hier teilweise bis zu 34 Grad. Oder auch hier nochmal in NRW bis zu 32 Grad. Also auch hier könnte es morgen nochmal deutlich heißer werden. Wie gesagt, in manchen Orten vielleicht sogar bis zu extremer Hitze. Wir können nochmal explizit zu Baden-Württemberg ran gucken, denn auch hier sehen wir schon recht gut, haben wir teilweise mal bis zu 35,6 Grad. Hier teilweise mal sogar bis zu 36 Grad, was hier gerade berechnet wird und angezeigt wird. Dann haben wir hier auch teilweise mal 35 Grad oder 35,3 Grad. Und das sind natürlich dann auch Temperaturen, das ist dann schon extreme Hitze. Also alles ab 35 Grad ist dann offiziell auch extreme Hitze. Dann kommen wir einfach mal zu der Lage, die wir am Morgen hier erwarten, dann mit den Gewittern. Da gucken wir mal ganz kurz rein, denn hier sehen wir schon recht gut, das Ganze wird wahrscheinlich dann so ab 18 Uhr hier losgehen können. Dass dann hier die ersten Gewitter und auch etwas stärkeren Gewitter reinkommen. Und das Ganze entwickelt sich dann langsam aber sicher auch ziemlich schnell Richtung Nordosten. Und wird sich dabei auf dem Weg aber auch ziemlich schnell abschwächen. Aber gerade wenn das Gebiet hier reinkommt, kann das auf jeden Fall auch ein bisschen heftiger werden. Denn eben gerade hier im Saarland und Rheinland-Pfalz wird zumindest gerade noch berechnet. Das kann beim nächsten Lauf natürlich auch wieder ganz anders aussehen. Dann haben wir vielleicht nochmal mögliche Superzellen dann hier so am Alpenrand. Aber das ist ja klassisch, ne? Bei solchen Gewitterlagen, da passiert ja immer irgendwas hier unten. Dann haben wir nochmal so ein System, was dann hier nochmal vielleicht auf Niedersachsen treffen könnte. Aber auch da sehe ich jetzt gerade keine super großen Probleme. Also gerade wenn das Gebiet hier reinkommt, muss man natürlich dann aufpassen. Ich denke mal, ich werde dann so ab 18 Uhr live gehen. Und dann wahrscheinlich so bis, ja, ab 22 Uhr live sein. Und ich denke mal, bis dahin ist das Stärkste dann auch wahrscheinlich durch. Und dann haben wir hier größtenteils auch wahrscheinlich nur noch Regen mit einzelnen eingelagerten, eben teilweise auch kräftigeren Gewittern dann eben hier. Aber das Ganze wird bis 22 Uhr dann ordentlich auch abgenommen haben hier an Intensität und wird wahrscheinlich auch nicht mehr super heftig sein danach, ne? Man sieht auch recht gut, wie die Front hier reinkommt. Wenn ihr mal ganz genau darauf achtet, hier kommt das Gebiet rein. Das in diesem Bereich, da seht ihr auch schon diesen kleinen, ja, rötlichen Bereich, sag ich mal hier. Und das Ganze entwickelt sich dann eben so weiter Richtung Niedersachsen. Und gerade dann kann es dann eben auch etwas stärkeren Wind geben oder auch schwere Sturmböen teilweise auch. Weil wir eben diese Front reinbekommen, was natürlich möglicherweise auch ein bisschen kräftiger werden wird oder wird auch kräftig sein wahrscheinlich. Und eben mit diesem Gebiet kann es dann, wenn es vor allem auch reinkommt, dann stärkere Windböen geben. Aber auch nochmal hier so im Nordwesten und Norden, auch da kann es natürlich nochmal etwas stärkere Windböen geben. Ja, doch, das hat schon mit Gewittern zu tun und das wird dann eben mit diesem anderen System sein, was wir dann eben hier in diesen Bereich reinbekommen werden, ne? So, gerade das Ende von August und Anfang von September sieht bis jetzt auch ziemlich heiß aus. Also es sieht bis jetzt so aus, als könnten wir dann für mehrere Tage, auch vielleicht sogar ein, zwei Wochen mal eine Wärmeperiode, eine lange Wärmeperiode in Deutschland haben. Das muss natürlich noch nicht feststehen. Und auch das ist natürlich noch lange nicht in den Stein gemeißelt. Aber ich denke mal, da gehen wir dann morgen nochmal ein bisschen im Video ein. Bis dann, bleibt auf dem Schmeichhaut rein und tschau. Bis dann, bleibt auf dem Schmeichhaut.